Schutz vor Entführung Präventionsmaßnahmen Im Rahmen der möglichen Präventionsmaßnahmen für potenzielle Entführungsopfer sollte grundsätzlich beachtet werden, dass sich diese über einen lückenlosen Zeitraum erstrecken sollten. Dies bedeutet, dass man im Privatbereich, auf dem Weg zur Arbeit, während der Arbeit oder auf Dienstreisen, auf dem Weg nach Hause sowie in seiner Freizeit oder im Urlaub auf ein gleichmäßiges Maß an Präventionsmaßnahmen achten sollte. Täter beobachten die Gewohnheiten und Tagesabläufe ihrer Opfer vor einer Entführung genauestens und sehr detailliert. Ihr Fokus liegt dabei insbesondere auf gewissen zeitlichen und oder prozessualen Sicherheitslücken. Beispielsweise kommt es immer wieder vor, dass potenzielle Opfer während der regulären Wochenarbeitszeit von einem Chauffeur gefahren werden, an Wochenenden während der Urlaubszeit oder auf Reisen jedoch selbst für ihre Mobilität sorgen müssen oder wollen. Ebenso verhält es sich, wenn das potenzielle Opfer im Alltag von Sicherheitskräften begleitet wird, diese sich jedoch nicht permanent in der Nähe ihrer Schutzperson befinden, da sie beispielsweise für anderweitige Aufgaben herangezogen werden, wie zum Beispiel Botendienste oder Einkaufsfahrten. Genau diese Lücken machen sich Täter zu eigen. Allgemeine Verhaltensempfehlungen Teilen Sie vertrauenswürdigen Personen stets Ihr Ziel und den Zeitpunkt Ihrer erwarteten Rückkehr mit. Besprechen Sie, was geschehen soll, falls Sie sich verspäten. Beobachten Sie Ihre Umgebung grundsätzlich aufmerksam und nehmen Sie diese stets bewusst wahr. Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen unverzüglich der Polizei. Verzichten Sie auf Verabredungen, Spaziergänge und sonstige Freizeitbeschäftigungen an abgelegenen Orten. Nehmen Sie nach Möglichkeit stets Begleitpersonen mit. Bewahren Sie Ihre Terminkalender so auf, dass Sie von unbefugten Personen nicht eingesehen werden können. Seien Sie grundsätzlich zurückhaltend mit der Veröffentlichung persönlicher Daten, vor allem in sozialen Netzwerken. Sensibilisieren Sie auch Ihre Familienangehörigen sowie enge Bekannte und vertraute Mitarbeiter dahingehend, es ebenso zu handhaben. Sicherheit im häuslichen Bereich Lassen Sie Einbruchssicherungsmaßnahmen, wie beispielsweise Einbruchmeldeanlagen und Videoüberwachungsanlagen einbauen. Nehmen Sie hierzu auch die kostenlosen kriminalpolizeilichen Beratungsangebote in Anspruch. Setzen Sie Sichtschutzmaßnahmen ein, die ein Ausspähen durch ungehinderte Haus- und Grundstückseinblicke erschweren, wie zum Beispiel durch einen blickdichten Zaun, verspiegelte Fenster, Rollläden, Gardinen etc. Halten Sie Außentüren und Fenster bei Abwesenheit verschlossen. Nutzen Sie konsequent die Türgegensprechanlage. Öffnen Sie Unbekannten niemals die Tür. Setzen Sie Türsicherungen wie beispielsweise Sperrketten oder Kastenschlösser mit Sperrbügel ein. Lassen Sie sich von Amtspersonen grundsätzlich die Ausweise zeigen. Bei Verdacht können Sie Amtsträger jederzeit telefonisch über die jeweilige Dienststelle auf Echtheit überprüfen lassen. Überprüfen Sie Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung nach längerer Abwesenheit auf Veränderungen. Üben Sie strikte Zurückhaltung bei Gesprächen, egal ob persönlich, telefonisch oder in sozialen Netzwerken. Sicherheit zwischen Wohnung und Arbeitsplatz. Parken Sie Ihr Fahrzeug stets in der Garage oder mindestens innerhalb des gesicherten Grundstücks. Beobachten Sie vor der Abfahrt Ihre Umgebung stets aufmerksam. Gibt es aus Ihrer Sicht Auffälligkeiten? Halten Sie Auffälligkeiten schriftlich fest. Ort, Zeit, Fahrzeuge, Personen etc. Und informieren Sie gegebenenfalls unverzüglich die Polizei. Öffnen Sie Fremden niemals Fenster oder Türen des Fahrzeugs. Sehen Sie einen Unfall auf der Straße, rufen Sie Hilfe per Handy oder vom nächsten Telefon aus. Aber halten Sie nicht an. Machen Sie Ihr Fahrverhalten so unkalkulierbar wie möglich. Vermeiden Sie beispielsweise standardisierte Routen und nehmen Sie gegebenenfalls auch mal Umwege in Kauf. Steigen Sie nicht in ein Fahrzeug ein, wenn sich unbekannte Personen ohne eindeutig erkennbare Gründe oder in verdächtiger Weise in Fahrzeugnähe aufhalten oder ein sofortiges und zügiges Abfahren durch parkende Fahrzeuge oder Gegenstände verhindert oder wesentlich erschwert werden könnte. Achten Sie bei Fahrten auf mögliche Verfolger- bzw. Verfolgerfahrzeuge. Fahren Sie beim leisesten Verdacht unverzüglich sichere Orte wie beispielsweise die nächste Polizeidienststelle oder belebte Orte an. Nutzen Sie auf Bahnreisen nach Möglichkeit Großraumabteile. Vermeiden Sie Orte und Personen, in deren Umgebung Sie sich unwohl fühlen. Ihr Bauchgefühl ist ein empfindlicher Sensor. Sicherheit am Arbeitsplatz. Veranlassen Sie nach Möglichkeit eine Zutrittskontrolle via Zutrittskontrollsystem innerhalb des Geschäftsbereichs. Lassen Sie ausschließlich Besucher eintreten, deren Identität feststeht. Fremden Personen sollten grundsätzlich keine Auskünfte über Termine, An- und Abwesenheitszeiten sowie die persönlichen Verhältnisse erteilt werden. Dies gilt insbesondere für telefonische Anfragen. Sicherheit im Ausland. Das generelle Gebot heißt, unauffällig zu bleiben. Schon der Besitz einer Kreditkarte kann in manchen Ländern mitunter Anlass zu einer Entführung geben. Vermeiden Sie grundsätzlich unnötige Aufmerksamkeit, unabhängig davon, wo Sie sich aufhalten. Kleiden und verhalten Sie sich Ihrer Umgebung angepasst. Auffällige Kleidung oder Accessoires, die Begehrlichkeiten erwecken, ziehen Täter magisch an. Bedenken Sie stets, dass in manchen Ländern ein Lebensstandard wie in Deutschland als Luxus erscheint. Allein Ihre Anwesenheit im Land gilt als Beweis für Reichtum. Denn Reisen sind teuer. Bleiben Sie abseits Ihrer beruflichen Verpflichtungen zurückhaltend mit Äußerungen über Ihre Person oder Ihren Arbeitgeber. Damit vermeiden Sie unnötige Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017